mach mal, mach mal, mach mal bitte mach mal bitte warte, mach mal jetzt nochmal Jinderberg meine Freunde was geht ab? ihr wisst bescheid auf meinem YouTube Channel immer Challenges dies, das und so immer gerne im Start was machen wir heute? ihr seht ihr schon wir haben ja eine Waage am Start ja eine Feinwaage von meiner Murra die wird gegönnt, weißt du? und wir wiegen heute 10 Gegenstände und ich schwöre die Gegenstände ihr denkt euch, Digga wo wir starten raus? rein da? rein da was wollen wir jetzt erst wiegen? zeig mal drauf warte, warte, warte ich kann zeigen ja dann zeig mal also einfach eine Schlüssel einfach Hausmeister darf ich dir auch einem anfassen? ja, boah schuldschuld denkt man gar nicht das Hausmeister denkt man gar nicht wenn wir Hausmeister fährst du? wie viel sagst du? was nutzt er es? ja ich sag so 70 Gramm ich sag 70 Gramm ich sag 200 200 200? ja tschüss schuldschulds ich zeige euch das Ergebnis ich zeige euch 200 nicht 70 hier proof warte mal, sieh mal ich bin nicht Gramm Lass, komm mal hier. Ja, richtig! 160? Das hab ich gar nicht gedacht. Weißt du warum? Die Schlüssel haben sich viel schwieriger angefühlt. Ich dachte, die Schlüssel sind ein bisschen schwieriger. Aber das fühlt sich gar nicht so schwer an, bin ich ehrlich. Pass mal an! Das fühlt sich doch gar nicht so schwer an. Aber von der Größe, das ist viel größer. Jetzt haben wir einen schönen PS3-Controller. Alter, die Erinnerung kommt hoch. Oh, ist gut. Das ist richtig leicht, ne? Bis du Kontroller tausend mal spielen hast. Er spielt einfach gerade vielfassigerisch. Ja. Was sagst du? Ich sag jetzt erst, ne? 150. 150. Ich sag 140. Egal, ich bin ne Maschine. Wie viel ist das? 172. Aber wann da dran? G21. Bestrafung ist Shisha-Schlauch auf Beinen. Ich hör das übelst wohl. Was, Bruder? Was denn so? Ja, Bruder, hier auf Oberstelle, ne? Mit welcher Seite? Mit diesem Metall da? Nein, Bruder, mit so Dings... Gummischlauch halt. Als nächstes haben wir... Nikos Kopf. Nikos Kopf wie mir? Dicke Wasserhäuser oder nicht? Ich hör jetzt ein bisschen aus deinem Kopf. Passiert! Ich hör jetzt ein bisschen rein. Ich hör jetzt an, Bruder. Ich hör jetzt an, Bruder. Ich hör jetzt an, Bruder. Nimm meinen Kopf voran. Ja. Ich muss anfangen, ne? Ja, fang an. Warte. Ja, okay, fang an. Ich sag 600 Gramm. Ist das viel? Ich sag 100 Kilo. 100 Kilo? Ich schwör. Ich glaub ein Kilo. Ich sag 600. Nein, ich hab schon gesagt. Was hab ich gesagt? 1,5 Kilo, ne? Steht drauf? Hast du... Wo steht drauf? Ach so. Ich denk, die Schummel beginnt die. Ja, der Schummel. Nein, Bruder, die haben gewogen bei... Dings... Bei Netto. Aber ich schwör auf Gott, ich hab nicht gesehen. Ich schwör auf alles, ich hab nicht gesehen. Mach uns wieder anmachen, Bruder. Was hast du gesagt? 1500 Gramm, oder? Ja, 1500 Gramm. Sieh mal, ne? Muss man mal sehen. Ja. 3149, ne? Krass. So wie Neugeborenes einfach. Krass. 3-1. 3-1. 3-1. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte. Warte, warte. Schürf, alles. Gute Sache, haben wir einen Schuh von meiner Freundin. Sieht aus wie aus der Türkei, ey. Ich hab mich nicht gefilcht. Okay, was sagst du, Bruder? Guck mal. Warte mal. Hier ist 3149, ne? Ja. Oder Waage, Waage Dings. Hat schon 10 Gramm auf Tag, oder? 400, sag ich. 400? 400. Das ist jedes so, Bruder. Ja. Es ist wirklich gut. Was ist das? Das ist nicht so richtig? Ich sag 200. Was sagst du gesagt 200? Hey. Wir haben gewonnen, wir gehen. Ich bin in die Ausnahme, woher. 200, 2 und 5, 2 und 5. Ey, ey, ey. Warte, du willst sagst du ja, du weißt, ne? Du willst einfach genommen, das. Du willst ja, warte. Aber ich muss mich schon mal fest. Okay, jetzt ist es nämlich, hier ein Türkei. Boah, das läuft bis hin. Ja. Du musst ja sagen, ich hab 150 Gramm. Okay. Ich sag 1 Kilo. 1 Kilo. Ey, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Jogi, ich bin Hammer. Ey, ich mach alles. Das kann aber nicht sein, dass du jedes genau weißt. Bruder, ich weiß noch nicht genau, Bruder. Ganz komisch. Ganz komisch. Er hat alle Sachen zu Hause liegen. Er hat die Waage auch zu Hause liegen. Also er weiß alles genau gleich. Boah, als ob ich schummelt. Boah, ich schwör. Das ist komisch, aber es ist nicht. 1 Kilo, Digga. Na, Portemonnaie, Bruder. Jetzt, er läuft direkt. Das weiß ich jetzt. Das weiß ich jetzt. Was? Ich muss auch gucken. Ach ja. Ich sag nicht. Wie versagt, 300? Er macht einfach 300. 300? Weißt du? Wer oder weniger? Wer oder weniger? Würde ich sagen. 150. 150. Okay. Warte mal, wenn ich jetzt... Wenn ich das verliere, weiß ich auch nicht, Digga. Ich wollte gerade sagen. Ist gar nicht so weit, ne? Geht, Bruder. Also ich bin ehrlich, es ist nicht so leicht. Aber irgendwie schockt es. Ich muss das länger wiegen. Corona-Test. Mit Inhalt. Wahrscheinlich, ne? Ja, nochmal. Hier macht man es wiegen. Bin ich dran oder? Ja, du bist... Ich wollte das schon vorhin sagen. Warte, warte, warte. Nicht aufmachen, Bruder. Ich muss da aufsagen. Warte, ich muss erstmal Waage nochmal machen. Wollte das schon vorhin sagen. Als ich das gesehen habe. Einfach außen. Wie sagst du? In Steak. Ich sag 50 Gramm. Ich verwalde, ich wollte auch sagen. Aber dann sag ich 40. Endlich mehr. Ich sag 40. Digga. Gewonnen alle! Ich habe alles gewonnen. Gewinnerbar, gelügt nicht. 24. Ich sag... 5 Kilo. Oh, wollte ich auch sagen. Ich schwöre, wollte ich auch sagen. Ich sag's nur mehr. Mehr? Mehr, einfach mehr. Okay, auf. 5 Kilo. Was? Das geht aber nicht, Bruder. Das... Also... Ich schweig erst mal. Zeig erst mal. Zeig erst mal. Die war auch ungefähr sich. Aber das war 3 Kilo. Das ist 2 Kilo. Zeig erst mal. Nein, warte mal, warte mal. Also das ist 20. Jetzt habe ich sie hochgelegt. Das ist 20. 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 Wir haben einen Löffel. Wie viel sagst du? Das hätte ich wissen müssen mit der Shisha eigentlich. Ist immer so um den Dreh. Warte mal. Was sagst du? Ne, ich bin dran, ne? Ja. Ich sag keine Ahnung. 80 Gramm. Ich sag 60. Digga, Junge. Ich bin einfach. Digga, ich weiß alles was. Aber das ist schon mal die Regen gerade. Was? Das ist was alles weiß. Bruder, ich schwör, Alter. Ich sag einfach, Bruder. Vielleicht hab ich Glück. Das ist ein... Sechst nochmal. Sag mal ehrlich. Denkst du ehrlich, ich hab Bock mich hier hinzusetzen? Glaube ich ehrlich bei dir. Und vorher zu wiegen, alles wiegen, ne? Weil die glaube ich manchmal. Manchmal ruft er mich an. Hey Bruder, lass mal irgendwas machen und so. Denk mir so, Bruder, was machst du denn? Ich schwör, Setter ist einfach sauer, Digga. Guck mal. Weil ich hab 60 Gramm gesagt. Sind 57. Der Junge ist auf jeden Fall schon traurig, Digga. Nicht traurig. Ecke. Oh, tschüss. Nächstes Mal machen wir einmal Kopfnuss gegen Melone. Ja, okay. Ja, okay. Nein, wir waren... Bei der Woche muss ich mal Kopfnuss. Ich sag dir nur, wenn... Nein, warte. Ich sag dir nur, wenn du jetzt durchziehst, du kannst gar nicht durchziehen. Aber jetzt mal, ich zieh auch richtig durch. Ich zieh auch richtig durch, dann. Ja, egal. Irgendwann bin ich schon gewöhnt in diesem Leben. Das machen wir nicht. Oder Melone. Ich hab richtig gedauert in dein Kopf. Dombi. Okay, warte mal. 2. Oder schell dich mal hier so hin. Schell dich mal hier so hin. Schell dich mal hier so hin. Wieso? Mach hier so Bein drauf jetzt. So direkt so? Dann kann ich besser durchziehen, weißt du? Achso, ja, okay. Okay. Wirst du rein? Das Ding ich will auch nicht so doll machen, wie du sagst. Doch, mach mal. Mach auch nicht. Mach auch nicht. Mach mal rechts. Mach mal rechts. Rechts rein, rechts rein. Warum? Ist besser für mich. Okay, du kannst richtig durchziehen. Aber ich zieh mal hier auch richtig durch. Soll ich dir schon. Ja, okay. Ich mach jetzt. Okay, warte. 1. 2. 3. Durchschluss. 1. So, Freunde, ich hoffe, das Video hat sich gefallen. Lass ein Like da, lass ein Abo da, und guckst es endlich, dass du immer am Stab bist. Oh, ich muss jetzt hochziehen, aber geht nicht, dann muss ich meine Hose... Achso.